Ich hab gesagt, ich bring dich hier weg und... Hey! Unser Häschen ist weg. Da. Wenn du nicht kooperierst, habe ich keinen Grund, dich leben zu lassen. Hey! Verdammt! Lass sie runter! Die weg von dir! Hör mir genau zu. Du post, was ich sage. Beim nächsten Verrat, brich ich dir das Genick. Easy, easy! Was für eine Scheiße war das denn? Okay, so. Jetzt kommen wir, glaube ich, schon... Gleich wieder zu einer schönen Stelle. Ah, warte mal, da gab's da... Obwohl, den Erfolg hab ich, glaube ich, schon. Wenn man den nämlich einmal füttert, mit dem Zeug hier, dann kriegt man auch nochmal einen Erfolg. Aber den hab ich schon. Stürp und stürp! Gut. Ich weiß gar nicht, kamen hier jetzt noch Gegner? Nö, aber... Warum sind denn die Spuren hier? Ach, das ist ne Waffe. Ich dachte, das wär jetzt ne Flasche, die sah so komisch aus. Mh, ja. Aber hier kommen noch Gegner, oder? Warte mal, ich will die mal... ...damit getrunken. Ja. Sehr gut. Das gibt wieder Skill Points. Genau das, was ich brauche. So, ah, und Gästchen. Sehr gut. Wieder ein bisschen aufgeladen. Wunderful. Oh, hello, da ist auch noch... Oh, hier sind ja zwei! Sie läuft einfach vorbei. WTF! Das Krasse ist, wär ich jetzt vorbeigelaufen, würden sie mich schnappen. 100 pro Missviecher. Okay. Gut. Keine Moon. Gut. Halt dich bereit. Wir sind genau über diesen Dingen. Sei bloß vorsichtig. Vertrau nichts und niemandem. Jede Pflanze könnte verbunden sein. Wo zur Hölle marschieren wir hier rein? Keine Ahnung. Aber von der Scheiße, die ich hier unten gesehen habe, würde dir der Arsch auf Grundeis gehen. Oh, Gämmerscore. Insekzid. Vernichte, kann werden. 50% aller, äh, Dings hier. Schmetterlinge. Cool. Cool, cool, cool. So, ich glaube, gleich geht's wirklich wieder rund. Ja. Es kommt nämlich genau das, was ich glaube ich gleich erwarte. Ja, 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 ja. Okay, gut, dass es hier noch eine Versorgungskapsel gibt. Was ist denn hier hinten noch? Nichts. Nichts. Gut. Keitsche. Here we go. Jetzt müssen wir nämlich voll sein. Und zwar damit. Munition ist gut. Das muss voll sein. Das muss voll sein. Ähm. Das muss voll sein. Und, äh, ich bin ja voll, voll. Ja. Okay. Alles klar. So. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das läuft. Ich bin wirklich gespannt, ob ich das jetzt beim, äh, quasi First Try, also was das Let's Play betrifft jedenfalls, ob ich das hinbekomme. Dieser Garten, das Zentrum des Atriums. Genau wie der, in dem Ischi verschwunden ist. Jetzt geht's los. Meine Leute, meine lieben Leute. So. Boss Fight for the fucking win. Es ist sozusagen der erste Boss Fight. Ähm, würdest du bitte... Danke. Hat ihn vielleicht ausgeschissen. Hör auf mich auf, munter zu wollen und schießt. Okay, okay, okay. Dann schießen wir erstmal so drauf. Hauze. Lauf. Nachladen. Das finde ich hier schon mal, äh, sehr gut, dass man während des Sprintens auch nachladen kann. Mach alles platt, was sich bewegt. Ja, ja, ja. Ich bin dabei. Einfach drauf, breittern. Lauf. Ja, ja, ja. Lauf, lauf, lauf. Hey, Trishpa. Alles klar? Lauf. So. Die Ladung behalte ich noch ein bisschen. Ja, 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 ja. Ich probier's. Lauf. Nachladen. Okay. I know, I know, Schätzchen. Halt, Ladung. Einmal dahin. Komm, geh doch down. Ladung. Bam. Das sind nämlich so Phasen, die man halt überstehen muss. Ich meine, ja, gut, wie eigentlich bei jedem Bossfight. Halt, da noch. Bam. Oh, den hab ich nicht mehr erwischt. Bye. Oh, wow, 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 wow. So komme er ja down. Lauf, genau, oder rutsch, auch gut. Hauptsache weg. Oh, man kann hier die ganze Zeit rutschen? WTF, was ist das denn geiles? Okay, das kenn ich so auch noch nicht. Oh. Oh, nee, das war falsch, das war falsch. Rutsch, Baby. Okay, aufhören, aufhören, aufhören. Danke. Ach, da muss ich ja noch gar nicht drauf schießen. Ah, ich bin ein Trottel. Ich bin ein Trottel. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Und jetzt kommt die nächste Phase. Einmal kurz nachladen, schnell. Äh. Bange. Verdammt, ich seh nichts. Wo ist... Ist hier nicht noch so ein Ding über? Da. Nein, da. Oh, über dich Trottel. Fuck you. Was? Ja, okay. Das war die erste Phase. Das war die fucking erste Phase. Ich glaube, ich sollte mir mal so ein Kästchen holen, damit ich hier noch einen Mund für meine, ähm, für meinen Blaster habe. So, hier wieder. Schnauze! Nein! Oh, B, 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 B. Fuck you. Genau, will ich nicht. So, lauf. Oh, wir haben keine Ladung mehr. Das ist doof. Wir müssen mal den... Ah, nein, da kriege ich noch... Komm, komm, Faser, 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 weg, 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 weg. Ja. Okay. Next round, please. Ich habe jetzt keine Ladung mehr mit meinem Blaster, das ist, äh... Uuuuh, Mutti, Mutti, Mutti! Ziemlich mies. Ah, jetzt kommt nämlich... Okay, der Bastard versucht, sich zu regenerieren. Kommt das Ding mit allem voll, was du hast. Ja, die Tentakel zur Hölle. Hast du Tentakel gesagt? Die Tentakel der Hölle. Ja, aber es sind doch nur mal Tentakel, oder was soll das denn sonst sein? Oh, fuck, ich muss hinter ihn kommen. Komm, 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 komm. Die will ich noch mitnehmen? Jawohl. Das hatte nur noch einen über, da komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr ran. Nee, muss ich jetzt, äh, auf die nächste Phase warten. Uuh! Das krasse ist, guck mal, Trishka steht eigentlich immer nur irgendwo am Rand und wird nie angegriffen. Wirklich, sie wird nie angegriffen. Das ist so heftig. Nein, 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 nein! Fuck you! Lauf! Nachladen. Äh, Waffenwechsel. Bann. Sollte eigentlich genug abziehen, jawohl. Äh, nochmal. So. Okay, und dann letzt machen wir so. So. Los, ich muss Tentakel haben. Los, hopp, 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 hopp. Komm schon. Komm schon. Na, komm! Da haben wir so. Ja, das machen wir gleich. Ich brauche jetzt mal die hier. Ich muss mir das anmachen. Sag mal. Danke. Okay. Ich brauche jetzt wieder diesen Energiebalken, glaube ich, der dann oberhalb erscheint. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da kommt er. Er pumpt jetzt wieder gar nichts mehr in seinen Hals. Boom. Schieß ihm in den Kopf. In den Kopf. Es ist fast erledigt. Jetzt gib ihm den Rest. Ja, habe ich. Habe ich. Jawollo. Ja. Woo. 1150 Skill Points, Junge. Motherfuckers. Ich hatte noch nie einen grünen Daumen. Sorry. Na los, Schwester. Folgen wir ihm. Sehr, sehr schön. Ha! Was für ein Gestank! Ichi ist in Pflanzenkacke gelandet. Aber nicht die Ohren vergessen, kleiner Waschbär. Willst du mal in diesen Haufen? Du weiter so. Ich schätze eine Drohung. Ist fast so gut. Wie ein Dankeschön. Auf jeden. Ichi, Mensch. Geht's dir gut? Ich muss sagen, du riechst doch, ja, leicht dezent nach Pflanzenkacke. Ähm, ja. Wir haben doch hier Wasserfälle. Mach dich mal sauber. Oh, verdammt. Das nenne ich tief. Das eingestürzte Gebäude. Das ist unser Weg darüber. Das grenzt doch an Selbstmord. Wirklich? Ist ja mal ganz was Neues. Oh ja, das ist die Antwort eines echten Kerls. Ich will dich einfach nur beeindrucken. Beeindrucken, das ist alles. Beeindrucke mich, indem du dranbleibst. Okay. Versuchen wir, sie doch mal ein wenig zu beeindrucken. Zack. So. Das lief wirklich gut. Der Bossfight lief wirklich gut, verdammt. Der hat es nicht mal geschafft, seine komischen Sporen auszuspucken. Was er sonst immer macht. Und ich weiß, du gibst dein bestes Kumpel. Diese komischen Kugeln, die mich mehr oder minder verfolgt haben. Oder diese eine, die da eben gerade war. Normalerweise spuckt er davon wirklich viel, viel mehr aus. Und dann verfolgen einem halt diese Kugeln. Aber das hat er diesmal gar nicht richtig geschafft. Sehr cool. Oh, wir haben die Ladung für den freigeschalten. Hm. That's pretty nice. So. Müssen wir aber erstmal hier ein bisschen auffüllen. Weil sonst, äh, haben wir ein Problem. So. Jetzt kann ich hier natürlich mir ja nichts leisten. Das heißt Next-Line-Kinds. Ich nehme an, ihr erinnert euch an General Serrano. Oh ja. Serrano sollte hier unten sauber machen. Er hat befohlen, die Mutanten und die Gangs auszulöschen und die Stadt intakt zu lassen. Er beschloss bei diesem Auftrag, ein paar Final-Echo-Kandidaten zu testen. Ich hab hier vor einem Jahr eine Einheit angeführt. Und ein Squad hat echt einen erstklassigen Spitzenjob abgeliefert. Hier ist alles blitzblatt. Mission erfüllt. Wir hatten die Situation unterschätzt. Nur wenige von uns schafften es zurück. Operation Allerkey war ein kompletter Fehlschlag. Die Skillshot-Anzeigen im Display der Peitsche sind also irgendeine Kampfanalyse-Scheiße? Zuteilungspunkte, die bestimmten, ob man sich an einer Versorgungskapsel Nachschub holen konnte. Herausragende Soldaten bekamen Nachschub. Die anderen nicht. Darwin wäre stolz auf euch gewesen. Ach. Okay, das ist jetzt komisch, dass ich die mit der, äh, Dings nicht bekomme. Mit der Sprengwaffe. Hey, du Misti. Ja, dann machen wir das halt so. Ein bisschen länger gedauert, aber whatever. Warte mal, was ist hier jetzt nachgeladen? Jawohl, sehr gut. Hab ich natürlich jetzt mächtig Schuss, äh, verbraucht. Aber, naja, gut. Kommt vor. Kommt vor. So, dann wollen wir doch mal in das, was ist denn das? Ein Hotel oder so? Oder ein ehemaliges? Ich würde sagen, die Zimmer sind ausgebucht. Hier haben wir überall Stromleitungen. Hier könnten eigentlich auch wieder Flaschen rumfliegen, ne? Ich meine, da ist ja so eine Hotellobby oder sowas in der Art. Ja, Rezeption ist hier. Okay, das Haus hört sich so an, als wenn es gleich einfach mal so auseinanderbricht, weil es Bock hat. Da ist das, da ist Strom. Okay. Gut. Da ist nichts. Auch keine Flaschen bis jetzt gesehen. Aber wahrscheinlich bin ich wieder ein little bit, oder ein wenig besser gesagt, blind. So. Ja, noch mehr Skulls. Ja, und sie sind voll motiviert. Sie versuchen unseren Hauptpreis in die Finger zu kriegen. Ja, die versuchen natürlich auch jetzt, den General Serrano ans Leder zu gehen. Und deswegen sind wir quasi dazu verpflichtet, uns ein wenig zu beeilen, aber... Beeilen? Was bedeutet schon beeilen in einem Game? Hallo? Solange keine Zeit abläuft, habe ich Zeit. Was ist was? Das ist der einzige Weg nach unten. Wenn du das sagst. Oh, cool, noch zwei Robotzen. Dann habe ich die auch voll. Ja, nice, Leute. Okay. Ähm, seid ihr bereit für eine? Super geile Rutschpartie. Yes. Here we go. Ich hoffe, uns erwartet da unten irgendetwas Weiches. Ähm, ja, jein, äh... Oh, hier ist eine Flasche. Oh, ich brauche nur noch eine Flasche. Okay. Das ist ja pretty nice. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. So, das ist jetzt hier das Level, was damals hier in... Ich weiß gar nicht, in der Demo oder in der Beta... Ne, es gab ja keine Beta. Es war damals noch eine Demo auf A360. Und das ist hier jetzt genau diese Area. Die ist sehr, sehr cool. Hier kann man dann auch sowas wie so eine Herausforderung machen. So einen Zeitrun mehr oder minder. Deswegen ist auch diese Uhr hier. Aber in der Kampagne ist das natürlich nicht. Ach, fuck. Ich habe das Ding zu früh gehauen, ne? Ja. Schade. Mist. Hey, ich habe dich doch... Hey! Oh, was? Ich dachte, der... Ich dachte, der fliegt hier auf diese Stacheln drauf. Oder hier an das Stromkabel. Aber nein. Mano. Da will man mal fette Skills holen. Oh. Falsche Richtung. Da sollst du lang. Und... Latsch. Jawohl. Gehen wir doch mal anfangen hier. Ja. Hey, war noch drei oder nicht? Okay. Wow. Wow. Ich schieße noch irgendjemand. Der Geschützturm. Ach, der Geschützturm. Hm. Ich habe ihn aufgehalten. Easy. Everybody. Ich mache es mal meinen Tech an die Wand. Hauen. Nein? Du bist ein Arsch. Will man sich hier verewigen und dann so weit. Das nehme ich. Vielen Dank. Oh nein. Das nehme ich nicht. Lauf, Buddy. Wir machen das nämlich so. Ähm. Leute. Man soll nie auf, äh... Bahnsteigen stehen. Näch? Jetzt wisst du auch warum. Hahaha. Genau. Wir erheben das Töten zu Kunst. That's right. So. Können wir jetzt... Wobei, jetzt brauche ich das Ding nicht mehr. Ist ja eigentlich nur dafür da gewesen, um hier weiterzukommen. Äh, hallo? So. Jetzt laufen wir natürlich auch auf Bahngleisen, aber... Wir sind mal hier schnell wieder weg. Wow. Oh, voll verjagt, Alter. Hm. Hau ab. Buddy weg. So, okay. Den Roboter hatte ich schon. Deswegen wird der jetzt nicht gezählt. Hm. Oh, sorry. Na schön. Das Teil hier will unbedingt einstürzen. Was haben wir denn jetzt an? 4.500. Okay, wir machen jetzt nochmal... Zack, zack, zack. Ich glaube, das sollte jetzt reichen, ne? Ja. Hm. Das reicht nicht mehr. Also machen wir das mal so. Halt, halt, halt. Für welche hat er die jetzt eingesetzt? Für... Ne, 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 ne. So nicht, mein Freund. Das machen wir jetzt auf... Äh... Links. Ja, genau. So ist es gut. Dann nehmen wir jetzt nämlich die Ballmaschine mit und, äh... Halt, mein Cold wieder. Mein Cold für alle Fälle. Strom. Okay. Huh. Oh, da ist ne Flasche. Komm. Ich hab alle Flaschen gefunden. Ha! Gib mir die Gamerscore. Yeah. Yeah. Das will ich sehen. Oh! So, ihr fucking dreams. Und ich will sie töten. Sterbt alle. Yeah. Nein, nein, nein. Nicht nachladen. Äh. Danke. Ich glaube, ich hab alle bekommen, oder? Yep. Gut. Äh, ich häng wieder. Ich hab kurz festgehangen. Also das, das nervt wirklich noch, dieses... Oh! Festhängen. So. Weg den Dreck. Oh.